Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch einmal mein Death Cube Prime Bild zeigen und wir legen einmal los. Dieser Bild benötigt ein Former und ist in Kombination mit dem Death Machine Rifle Prime. Den gucken wir uns gleich als zweites an. Erstmal den Death Cube selber. Der braucht wie gesagt ein Former und hat folgende Mods. Wir haben einmal Vamporize, da fügt unser Death Cube 600 Schaden im Umkreis von 30 Metern zu, also ein Gegner werden 600 Schaden hinzugefügt. Dann greift er den ersten sichtbaren Gegnern innerhalb von 30 Metern an. Dann haben wir Chilt Charger. Unser Chilt wird um 60% erhöht und die Regeneration ist ebenfalls um 60% erhöht für 10 Sekunden. Dann kann er uns ebenfalls noch um 12% über 4 Sekunden lang heilen. Dann haben wir als nächstes ein Drop von, also er droppt uns Energie, wenn er 10 Assist Kills dabei geholfen hat. Ich zeige euch das gleich einmal, wenn wir hier raus sind, dann sieht man nämlich oben rechts die Zahl. Dann haben wir Vakuum. Er sammelt halt die Mods auf, die um uns herum sind und zeigt uns die auch dementsprechend an. Dann haben wir einmal, wenn wir Lebensorbs aufsammeln, wird die Amor von unserem Death Cube um 100% für 12 Sekunden lang erhöht. Das heißt, aus den 150 werden dann dementsprechend 300, wenn wir ein Lebensorb aufsammeln. Dann haben wir Primal Animal Instinct plus 35 Loot Radar plus 21 Enemy Radar. Heißt, auf dem Radar sehen wir mehr Loot und mehr Gegner. Den könnt ihr natürlich auch ganz normal gegen Animal Instinct austauschen. Da seht ihr schon, der hat 30 und 18. Der würde natürlich genauso gehen. Und wie ihr schon seht, wir haben noch Kapazitäten überall. Wir könnten den auch noch auf Maximum bringen, wenn wir wollen. Dann haben wir plus 220% Leben, damit der Death Cube auch nicht direkt stirbt. Und zu guter Letzt, wenn er stirbt, das kann er halt dreimal, wird er mit 100% Leben. Und für 11 Sekunden ist er dann kurzzeitig unverwundbar. So, der ganze Death Cube macht natürlich auch nur Sinn, wenn er eine passende Waffe hat. Dafür brauchen wir die Death Machine Rifle Prime. Und die braucht leider, aber wir müssen es machen, 5 Forma. Da haben wir als allererstes plus 165% Damage, plus 90% Multishot, plus 60% Multishot. Dann haben wir plus 90% Fire Rate und plus, äh, oder minus 15% Damage in dem Fall. Gut, dafür kriegen wir plus 90% Angriffsgeschwindigkeit vom Death Cube, aber verlieren halt minus 15% Damage. Dann haben wir plus 90% Electricity, plus 90% Toxin. Einfach, damit wir Corrosive Damage noch zusätzlich dazu bekommen. Dann plus 150% Crit Chance, plus 120% Critical Damage. Wodurch wir auf eine Crit, äh, Critical Chance von 25%, mit einem Crit Multiplayer von 4,4%. Impact 4,3%, Punk Through 2,1%, Slash 36,1%, Corrosive 76,5%. Das Ganze gucken wir uns einmal am Gegner an. Wir testen das Ganze an einem Level 50 Gegner und schauen mal, wie der Death Cube damit zurechtkommt. Ich denke, er sollte keine großen Probleme haben und dann sollte der Gegner auch gleich Geschichte sein. Es ist Corrupted Bombard, Level 50, wie gesagt, und da sehen wir schon, er hat mit dem Laser angefangen, schießt jetzt mit dem MG und er geht ruckzuck down. Jetzt kommt noch ein Laser und zack, der Gegner ist Geschichte. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Stärkere Gegner wären jetzt auch kein Problem, aber ich denke, so Level 50 ist das Level, was man mit ihm maximal machen sollte. Danach macht das nicht mehr wirklich viel Sinn. Danach ist er mehr oder weniger einfach nur noch eine Unterstützung. So, da sind wir aber auch schon wieder. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Bild haltet, wie euer aussieht, was ihr anders machen würdet. Und ansonsten würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also bis dann erstmal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.